Okay, Claudio, ihr hattet jetzt einen Monat lang Urlaub. Wie hast du die freie Zeit für dich genutzt? Ja, ich war natürlich wieder in der Schweiz, habe meine Familie, meine Freunde wieder gesehen. Ja, habe natürlich auch ein bisschen trainiert. Aber jetzt freue ich mich, dass es wieder losgeht. Ich habe natürlich vom Athletic-Coach Hausaufgaben mitnehmen müssen. Wie war die Umsetzung? Ja, es war okay. Das Programm war gut vom Umfang, war in Ordnung. Und ich kann sowieso nicht einen Monat nichts machen, weil dann werde ich völlig unruhig. Deshalb ist es für mich nicht so ein Problem. Für einen Fußballer ist es ja ziemlich normal, viele Trainer zu haben in seiner Karriere. Aber drei Trainer in einem halben Jahr, das ist etwas Außergewöhnliches. Ja, klar. Aber wie wir alle wissen, ist es im Fußball extrem schnelllebig. Und es spielen viele Faktoren dazu. Und ja, wir machen das Beste daraus. Wir haben einen neuen Coach. Er hat gute Ansätze. Jetzt geben wir Vollgas und wollen erfolgreich in die Rückrunde starten. Karl Daxbacher ist ein sehr erfahrener Mann, ein sehr erfolgreicher Mann im österreichischen Fußball. Wie sind denn deine Eindrücke nach fünf Einheiten, die ihr bisher gehabt habt zusammen? Ja, ich habe einen sehr guten Eindruck. Er ist ein ausgewiesener Fachmann. Das wissen ja alle. Und ja, es macht auch Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Woche. Der Winter hat das Landfest im Griff. Das heißt, viel, viel Arbeit auf dem Kunstrasen. Wie geht es dir mit Training auf Kunstrasen? Für mich ist das nicht so ein Problem. Ich war in der Schweiz auch schon in einer Station, wo wir im Stadion Kunstrasen hatten, also das ganze Jahr über auf Kunstrasen trainiert haben. Deshalb spielt es für mich nicht so eine Rolle. Und ja, sowieso, wir haben gar keine andere Wahl, als auf Kunstrasen zu trainieren. Deshalb machen wir einfach das Beste daraus. Am Samstag steht das erste Testspiel vor der Tür. Man fährt nach Bozen, nach Südtirol, gegen den FC Südtirol, auf dem Tourrasen. Ja, was darf man davon erwarten? Ja, ich denke, es ist der erste Test. Es ist ein neuer Trainer. Es wird eine intensive Woche sein bis zum Samstag. Und dann, ja, wir werden unser Bestes geben. Aber ich denke, das erste Testspiel ist einheitlich überzubewerten. Neuer Trainer heißt, man hat neue Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Eine neue Chance für jeden Einzelnen. Ja, es ist immer so. Wenn ein neuer Trainer kommt, werden die Karten neu gemischt. Der hat neue Ideen, braucht neue Spieler. Und ich denke, jeder versucht sich im Training anzubieten, jeder versucht Gas zu geben. Und ja, dann am Schluss liegt es beim Trainer, welche Elfe aufsteht. Wie lautet dein Motto für die nächsten Monate? Ja, ich mache es wie immer. Aber auch jetzt, wo Thomas Kumser gekommen ist, habe ich einfach Gas gegeben. Auch wenn ich am Anfang verletzt war, habe ich mich dann zurück in die Mannschaft gekämpft. Und so werde ich es auch jetzt machen. Ich werde Gas geben, ich werde mich anbieten und der Rest liegt beim Trainer. Gut, klar. Dann sage ich vielen Dank für das Interview und alles Gute für dich. Danke.